Max angelt nichts und säust nur schwer, jetzt aber ruckt die Angel sehr. Er zieht sie raus in einem Luh, doch leider ist's nur ein alter Schwung. Ja, 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 sie ist traurig, aber was? Ja, 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 sie ist traurig, aber was? Minna, die Tast mit einem Lord, der will sie heiraten fernsofort. Allerdings muss er erst ins Bad und brav tausend Mark, ob sie die hat. Ja, 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 sie ist traurig, aber was? Ja, 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 sie ist traurig, aber was? Jemand, der kaufte sich Hustentee, nachts aber irrte er sich. Oh weh! Er nahm im Dunkeln Rizinus, wenn der aber nun mal husten muss. Ja, 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 sie ist traurig, aber was? Papa! Ja, 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 sie ist traurig, aber was? Ja, 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 sie ist traurig, aber was? Ja, 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 sie ist traurig, aber was? Franz hatte eine schöne Braut, die auf ihn bewundert schaut. Franz nämlich konnte reiten mit Schwung, doch plötzlich da lag er auf dem Dunk. Ja, 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 sie ist traurig, aber was? Ja, 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 sie ist traurig, aber was? Meier, der wünscht sich einen Sohn, er wartet drauf zehn Jahre schon. Da ruft der Storch zum Schornstein rein, heute Abend, da bring ich drei Mägdelein. Ja, 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 sie ist traurig, aber was? Ja, 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 sie ist traurig, aber was?